Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Starstable und zu neuen Informationen zum Fahrt der Erde, der uns ja schon am Mittwoch erwartet. Und hier sehen wir nämlich so die ersten Infos darüber, die ersten beweglichen Bilder dazu, denn der Fahrt der Erde, wie wir es hier sehen, ermöglicht es uns, wie ich vermutet hatte schon, und das sehen wir hier super kurz nur, nämlich unsere Pflanzen, die wir schon gesammelt haben, anzupflanzen. Und ihr seht auch hier, das Ganze kostet jeweils einen Wildsamen, also wir brauchen eben die Sachen und können dann hier die Pflanzen anbauen, die wir eben haben möchten. Also diese Pflanzen, die wir sonst nur in der Wildnis sammeln können, können wir dann jeweils für einen Wildsamen anpflanzen. Wir können hier auch noch einen Dünger draufpacken, der wahrscheinlich Sachen verändert, wie zum Beispiel schneller oder mehr Ertrag, sowas eben in der Art, so habe ich das Gefühl. Ich denke mal immer, es ist oftmals Qualität, Menge, Beschleunigung, aber Qualität macht ja hier nicht wirklich Sinn, da man ja wahrscheinlich da keine unterschiedlichen Qualitäten hat, aber wahrscheinlich Menge, Zeit und ja, was könnte es noch sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder es ist generell Geschwindigkeit und es sind nur unterschiedliche Zeiten, so drei Stunden weniger, sechs Stunden weniger, zwölf Stunden weniger, vielleicht sowas in der Art. Auf jeden Fall können wir das Ganze mit Dünger machen und können jetzt endlich dafür sorgen, dass wir Pflanzen, die wir vielleicht nicht so oft bekommen, hier anbauen können für jeweils einen Wildsamen. Also wir brauchen die Gartenarbeit nicht, können uns damit aber das Pflanzensammeln deutlich beschleunigen. Und wir sehen, dass das eben auch nochmal hier, da können wir dann eben auch das Ganze auswählen, können dann eine neue Variante wählen und können die dann eben überall anpflanzen und haben damit dann eben die Möglichkeit, die Sachen zu bekommen. Das heißt im Umkehrschluss im übrigen Fall auch, dass wir natürlich dadurch dann auch schon bestätigen können, dass wir beim Fahrt der Erde diese ganzen Kräuter brauchen. Also natürlich auch da passend Kräuter vorab sammeln können, denn für die Fläschchen wird man dann sehr wahrscheinlich diese ganzen Kräuter brauchen. Ich bin gespannt, was sagt ihr so zum Fahrt der Erde? Freut ihr euch drauf und habt ihr eigentlich noch ordentliche von diesen Pflanzen, eine große Menge? Ich habe noch einiges davon schon vorgesammelt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.